Justin Bieber liest oben ohne, so heiß kann Bibelkunde sein. Multisozial-Media-Talent Justin Bieber, 23. In einem aktuellen Post schafft es der Dänischwarm nicht nur, seine Tattoos in Szene zu setzen, sondern zeigt auch seine spirituelle Seite. Regelmäßig besucht der Sänger in letzter Zeit Gottesdienste der sogenannten Hilsenkurch. Das reicht dem gläubigen Popstar allerdings nicht aus. Auf dem neuen Foto zu sehen, Biebs oben ohne beim Studium seiner Bibel. Das Wort Gottes liest allerdings nicht wie ein Normalo, auf dem Instagram-Foto widmet er sich der heiligen Schrift in einem Flugzeug und spannt dabei seinen mit Tinten-Kunstwerken verzierten Oberkörper an. Anscheinend setzt sich der 23-Jährige intensiv mit Religion und Spiritualität auseinander, denn in der Bibel sind einige Textpassagen bereits angestrichen. Kein Wunder, zu seinen Freunden zählt der Hilsenkurch-Pastor ein ziemlich modern, da erkommender Gläubiger, der den Bühnenstar unter seine Fettiche genommen haben soll. Auch seine angebliche Wiederfreundin Selena Gomez, 25, scheint der Sorry-Interpret schon in den Banda nicht unumstrittenen Freikirche gezogen zu haben. Die beiden wurden des Öfteren dabei gesichtet, wie sie ein Gotteshaus in Los Angeles besuchten. Karl Lehns wolle die beiden laut in sie dann ebenfalls beim Aufbau einer Beziehung unterstützen, wie das Sock-Ausrufezeichen-Magazin berichtete. Deine Deine Bis zum nächsten Mal.